Mann! Vielleicht ist sie auch so deutlich gemacht, dass wir die Armbrust auf jeden Fall finden. Hoffe ich zumindest. Cool wäre sie. Ich hoffe, sie ist auch cool. Hier ist irgendwie nix. Können wir ein bisschen die Taschenlampe ausmachen. Obwohl das ja egal ist, da man eh irgendwie unendlich Munition oder genug Power hat. Nice! Ein Paket müssen wir noch finden. So, hier ist nix. Oh, unsere Axt ist so geil. Gut, dass wir die nicht schärfen müssen mal. So. Jetzt sollten wir nicht hier runterfallen. Ich glaube, das könnte wehtun. Und Anlauf und hui! Und rüber. Dann haben wir wieder Licht hier an. Was haben wir denn hier schönes? Bolzen, ey. Da findest du Bolzen, aber hast halt noch keine scheiß Armbrust. Ah, kommt her. Komm. Ja, ich weiß. Dann halt ihr beide. Nice. Da war das Krankenhaus doch deutlich gefährlicher, kommt mir so vor. Oh. Da war Fail. Aber egal. Oh, ein Baseballschläger. Weißt du was? Wir scheißen jetzt auf die schnelle Pistole. Wir haben ja schon die starke. Die brauchen wir ja dann nicht. Was kann denn der Baseballschläger? Schaden schwer, Reichweite lang, Anlaufsgeschwindigkeit niedrig. Quasi dasselbe. Oh, dass das eher eine Klingenaxt ist. Okay, wir benutzen die trotzdem mal. Mich interessiert das mal, ob man den auch mit Baseball auf einmal kaputt hauen kann. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Ein Baseballschläger, ey. Das kann ja wohl einiges, denke ich mal, ne? Guck mal, hier hat jemand scheinbar die Straßen. Alter Vater, was da los ist, ey. Ja, können wir ja mal gucken, was wir da noch alles von gebrauchen können. Hallo? Jemand zu Hause? Hm. Nein, hier ist nix. Keine Feuerwerkskörper. Oh. Nö. Dann mal hier lang. Hm. Nichts. Was können wir denn hier machen? Da ist was. Fahrzeugschlüssel. Suchen Sie das Fahrzeug dazu. Okay. Das will ich natürlich gerne machen. Ah, nice. Wow. Hammer geil, jetzt sind wir hier oben auf dem Dach oder was? Und fahren, laufen jetzt hier rüber. Cool. Dann machen wir das doch mal. Uiuiuiui. Uiuiuiui. So. Haben wir alles gefunden. Jetzt ist die Frage, wo wir denn bitte auch dieses Teil dazu finden. Das ist das Auto. Welches Auto das vor allem ist. Wir sind ja nur so... Alter Vater. Ist voll klar. Ist vollkommen klar. Nicht, dass hier viele Viecher sind. Oh, da unten auch ein paar. Komm, ich will mal endlich hier unseren geilen Baseballsteger testen. Ob ich damit den Kopf zermatschen kann. Weil wenn nicht, dann ist das natürlich nicht so geil. Oh, yeah. Guck mal, wir haben sogar schon mehr gefunden, als wir brauchen. Das heißt, es gibt ein richtiges Taram-Taram. Taram-Tam-Tam. Weil der liegt ja auch mal geil. No. Wow, 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 wow. Alter. Schlag kaputt. Loy. Hopp. Ah, geil. Damit können wir auf jeden Fall auch eine Menge Schaden verrichten. Ähm. Suchen Sie Schlüssel für das neue Fahrzeug. Ihr habt das neue Fahrzeug noch gar nicht gefunden. Wo ist denn das neue Fahrzeug überhaupt? Ne, jetzt müssen wir irgendwas wegschmeißen. Das brauchen wir denn wirklich nicht mehr. Hm. Bringt uns nichts. Dann muss das Eisenrohr halt leider weichen. Weil Munition ist mir dann doch etwas wichtiger und heiliger. Okay, hier geht's weiter nach draußen. Na, guck mal, ey. Mein Gott, haben wir aber gut gefunden. Dann wie viele Feuerwerkskörper wir haben hier. Na, komm, wer lebt von euch, hä? Du? Du? Ah, du lebst. Ah, jetzt weiß ich natürlich nicht, was geiler ist. Ich muss aber... Boah. Ist klar. Ist ja ekelhaft. Man da auch nochmal schön draufhauen kann. So gehört sich das. Oh. Nice. Was für ein Hintereingang hier, äh, wir jetzt hier gewählt haben. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt lang. Ich glaube, jetzt kriegen wir richtig Parade. Und, äh, Spaß. Geil. Hey, wir müssen jetzt hier irgendwie durch. Das wird nicht so einfach. Das geht... Uh, wir sind viele. Oh, nein. Nein, jetzt haben sie uns gesehen. Shit. Lol. Wieso ist denn die nicht mit einmal kaputt gegangen? Da muss die Axt aber wieder her. Die hat das geschafft. Hallo, komm. Lady. Komm. Genau so möchte ich das von der Axt. Oh, oh. Ach, shit. Ah, es geht trotzdem voran. Jawohl. Haha, wie die Köpfe rollen. Nice. Die Waffe kann doch echt einiges. Die ist voll imbar. Guckt euch das an, Leute. Aber Köpfen macht Spaß. So viel kann ich schon mal verraten. Wee. Oh, 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 oh. Wir sollten natürlich uns mit dem Time klarkommen. Sonst macht das Köpfen nicht mehr so viel Spaß. Oh, 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 oh. Da fühlt man sich zu sicher. Das geht natürlich gar nicht klar. Dann lieber ein Sportgetränk nehmen. Jawohl. Ist da noch was? Da. Hack. Hack geschnetzeltes. Oh, ich glaube, ich habe Bock auf Spaghetti Bolognese. Ist das pervers, wenn ich darauf gerade Bock habe? Ich weiß nicht. Schon ein bisschen, ne? Haha. Ne, ne, ne. Mittlerweile. Mittlerweile komme ich damit klar. Mittlerweile komme ich damit klar. Klar, 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 klar. Höh. Alter. Ihr seid doch Penner. Mittlerweile komme ich damit klar. Ein Vorschlaghammer. Da blitzen meine Augen aber. Hm. Was schmeißen wir denn jetzt dafür weg? Der Baseballschläger. Den lassen wir mal fallen. Der kann ja nur der Vorschlaghammer, der kann ja nur geiler sein, oder? Ups. Ich vertue mich da immer mit dem Inventar. So, Vorschlaghammer. Schwer, lang. Und niedrig. Ja, das hatten wir aber schon. Extremer Stahlkampfvorschlaghammer. Ja, klar, den testen wir doch mal direkt. Das können wir ja nicht auf uns sitzen lassen. Weil, ja. Alter, okay, der ist echt langsam. Warte mal, das müssen wir doch nochmal testen hier. Na, erstmal trinken wir noch einen Schluck. Feel better already. Kann ich hier durch? Locked up. Gesperrt? Okay, da können wir durch. Was ist denn hier noch? Oder kommen wir da auf den Hof? Wo die ganzen Gegner sind. Nee. Ach, du lebst gar nicht. Oh. Hm. Hier ist nix. Schade. Was steht da? Nix. Ach, guck an. Nee, ist klar. Kommt der wieder, oder wat? Und klonk. Okay, der schlägt aber auch extrem langsam um. Der schlägt aber mega langsam um. Ich bin in der Kirche. Das wird jetzt wohl ein Spaß. Wir müssen hier jetzt ganz viel Feuerwerk platzieren. Und dann haben wir richtig Party. Warum müssen wir denn so viel platzieren? Hä? Äh. Ist hier noch irgendwie was? Nee. Der lebt noch, oder? Lebt der noch? Oh, was haben wir denn hier? Halbautomatisches Gew... Alter, was für geile Waffen hier finden. Was wollt ihr denn alles von mir her? Ja gut, wenn ich auch keine Armbrust hab, dann brauche ich auch keine Bolzen, ne? Sowas wie ein halbautomatisches Schussgewehr, schon geil. Der lebt ja echt noch. Geil. Ist klar. Boah, wir haben ja so viel Muni. Ich weiß nicht, was ich jetzt wegwerfen soll. Kann ich überhaupt irgendein... Boah. Kann ich denn überhaupt noch irgendwas wegwerfen? Von Feuerachs, klar. Vorschlaghammer... Wir haben jetzt so viele Waffen... Wir haben jede Waffe da. Ne. Da kann ich leider nicht mit dienen. Was kann denn das halbautomatische Scheißgewehr hier? Aha. Ach so, was ist das? Oh, das ist aber nice. Das heißt, wir werden dann nächste Runde mal Gewehr-Action starten, oder was? Jetzt haben wir noch mal ein bisschen den Vorschlaghammer. Hier können wir auch noch mal rein. Und gucken, was hier so schönes liegt. Jetzt fehlt am Bett eigentlich nur noch die Armbrust. Oh, wie ärgerlich. Lol. Warum hat sich denn da bitte jetzt der Koffer bewegt? Am Arsch. Und danach klettere ich da hoch, oder was? Wo ist die Kirche-Belle? Ja, wo ist die wohl? Hm. All right. Here we go. Da bin ich ja mal gespannt. Ist hier sonst noch was? Ne. Dann glocken wir mal eine Runde. Glog, glong, glong. Geh. Geil. Okay, jetzt ist es uns verpissen hier. Ey. Oh, da haben wir wieder ein paar. Bleib. Warum zwei... Was muss ich jetzt machen? Ziel dreimal am Glockenseil. Ach so. Okay. So, das reicht doch jetzt, oder? Okay, gehen Sie zur Falltür, um den Feuerwerkskörper zu finden. Jetzt aber schnell weg, fliehen Sie aus dem Fenster. Alter, geil. Oh, ne. Das ist nicht meine Lieblingswaffe. What the fuck? Okay, jetzt versuchen wir uns durchzuschleichen. Okay. Hm, das wird wohl nix mit durchschleichen. Vor allem, wenn der eine Zombie da auf uns nervt. Jawoll. Ah, sehr schön. Dann können wir doch gut ran vorbei. So, immer schön außen bleiben. Guck mal da, die laufen alle... Oh, der läuft nicht gut. Hm. Du Schwanz. Ich will ja doch nur hochklettern. Ja, sehr schön. Immer schön Richtung brennende Kirche. So ist fein. Hoch, 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 hoch. So, da haben die mich nicht gesehen, oder? Lol, 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 lol. Alter, hier geht es sogar noch hoch. Die können aber nicht Leitern klettern. Das wäre mir neu. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020